Hallo zusammen, heute geht es mal nicht um ein Heft oder um ein Videospiel, sondern heute geht es um einen Arcade-Automaten. Wir haben netterweise drei Automaten von Arcade One-Up bekommen. Das sind so kleinere Automaten zum Selbstaufbauen. Dafür gibt es dann auch noch so einen schönen Ständer, da kommen wir vielleicht später noch zu. Wir werden heute mal den Streetfighter-Automaten aufbauen. Der kommt in dieser Packung und erfordert, wenn ich jetzt mal so die Anleitung mir mal grob angeschaut habe, so Geschick vom durchschnittlichen IKEA-Regal, was man dazu können muss. Also ich habe hier schon mal ausgepackt. Hier seht ihr zum Beispiel dann die Kontrollen oder auch hier ist der Bildschirm, also die Bildschirmplatte. Hier sind die Seitenteile. Ja, und ich werde mich jetzt mal daran begeben mit meinem guten Schraubenzieher und euch dann berichten, beziehungsweise ihr werdet dann im zweiten Video sehen, ob es was geworden ist und ob man das gut spielen kann und wie das für normal große Menschen so ist, wo man es draufstellen muss. Ja, ich hoffe, es dauert nicht allzu lange und ich hoffe, danach funktioniert es irgendwie und ist nicht kaputt und ich bin wütend, weil dann gibt es ein gutes Video, wie ich den Automaten zusammentrete. Ja, viel Vergnügen, wir sehen uns.